Retro-Zeit bei Hör mal zu, der 32.000 Abonnenten starken Community. Kostenlos und werbefrei. Viel Vergnügen. Ausgesehen, ein Bild von einer Frau wurde bewundert, beneidet, die beiden nehmen an die engere Auswahl, mein Gott, sah die aus. Wie alt sind die Fotos? Was? Was hast du? Wie alt sind denn die Fotos? Die sind drei Jahre, knapp drei Jahre. Eine Figur zum Träumen, was? Na ja, das hat sie ja auch. Geträumt mit der ganzen Figur. Und mit allem anderen auch. Hallo. Hallo? Hallo? Wer spricht? Sagen Sie dem Professor, Presse ist am Apparat. Also, er muss sich die Zeit nehmen, so oder so. Macht es Sinn, was aus, etwas später anzurufen? Hören Sie, ich weiß, dass Frau Solm heute entlassen wird. Und ich komme persönlich vorbei, um die Fotos zu machen. Also, wann wird sie entlassen? Warten Sie. Warten Sie, warten Sie. Natürlich warte ich. Also, wir brauchen ein Foto von ihr, wie sie heute aussieht. Jetzt. Genau. Können wir los? Ich telefoniere noch. Ja, das passt dir nicht, dass wir sie sehen und fotografieren wollen. Was für uns öffentliches Interesse ist, dem wir dienen und dem wir verpflichtet sind, ist für diese Leute einfach nur unzulässige Neugier. Hallo? Ja, Simon? Herr Professor? Ja. Tussner hier. Hören Sie, eine Patientin wird entladen. Ja, das ist richtig. Ich frage mich, woher Sie das wissen. Aber Herr Professor, man hat seinen Informanten. Ich finde, Sie können nichts dagegen haben, wenn wir Frau Solm nach so langer und sicher erfolgreicher Behandlung begrüßen, mit ihr sprechen und bei der Gelegenheit ein paar Aufnahmen machen. Tut mir leid. Frau Solm hat das Haus soeben verlassen. Ich bedauere Ihnen, keine weiteren Informationen geben zu können. Gut gelogen, Herr Professor. Wir fahren sofort los. An Dr. Sievers. Ach, ist sie bereit? Ja, sie wartet darauf, dass Sie kommen, Sie verabschieden. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht kommt sie gar nicht vorne raus. Ula, du gehst zum Seitenausgang und wenn die Solm da auftaucht, sagst du uns Bescheid. Ich weiß doch gar nicht, wie die aussieht. Du hast ja die Fotos gesehen. Ich denke, die stimmen nicht mehr. Das ist richtig. Wurde recht, das hast du recht. Wir müssen auf Taxis aufpassen. Vielleicht haben Sie ja ein Taxi bestellt. Du, die Fotos habe ich selber gemacht. Ich bin ärztlich gespannt, was sie heute aussieht. Wie sieht jemand aus nach zwei Selbstmordversuchen? Als Alkoholikerin, als eine, die schon Kokain zum Frühstück genommen hat. Wie sieht eine aus, die schon so viele Männer verlassen hat und von so vielen Männern verlassen wurde? Wir wollen einen Wrack besichtigen. Ob da noch was übrig geblieben ist vom alten Glanz? Darauf bin ich gespannt. Nun wäre es soweit. Der Koffer ist gepackt, wie ich sehe. Das Taxi ist bestellt? Ja, wartet im Hof. Sehr gut. Und, wie ist es mit der Angst? Haben wir die jetzt unter Kontrolle? Ich glaube, ja. Erinnern Sie sich an alles, was wir gesagt haben, was wir miteinander besprochen haben. Gären Sie das tun? Ich versuche es. Sie wissen, wenn Sie Schwierigkeiten haben, rufen Sie mich an. Ich höre nicht auf mich, um Sie zu kümmern. Denken Sie daran. Ich bin immer da. Für Sie. Sie sind nicht allein. Und wenn ein Mensch nicht allein ist, muss er keine Angst haben. Ne? Wir wissen, wo Sie hingeht. Ja. Sie hat noch ein Zimmer bei einer Freundin Ihrer Mutter. Dort ist sie willkommen. Ich habe mit der Frau gesprochen. Sie freut sich, dass Frau Sollen wieder gesund ist. Wir haben die Adresse dieser Frau, Ihre Telefonnummer? Ja. Haben wir. So. Ich lasse Sie nicht aus den Augen. Daran werden Sie sich gewöhnen müssen. So, und jetzt steigen wir ein. Ach, noch etwas. In der Presse gehen Sie aus dem Weg, ne? Er hat schon angerufen. Verweigern Sie jede Zusammenkunft. Sie verstehen mich? Ja, ich verstehe Sie. Na? Wird Sie es schaffen? Wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, hat Frau Sollen die Klinik verlassen. Ja, wo ist sie denn hin? Sie hat doch keine Wohnung mehr. Kein Geld. Nichts. Haben Sie sie einfach ins Nichts geschickt. Wir geben keine Auskünfte über unsere Patienten. Ich möchte gern Herrn Riemann sprechen. Gern. Wen darf ich melden? Sagen Sie ihm, Irene möchte ihn sprechen. Herr Riemann, ein Gespräch für Sie. Eine Frau Irene möchte Sie gerne sprechen. Eine Frau Irene? Was für eine Irene? Fragen Sie doch mal nach. Herr Riemann fragt, was für eine Irene? Irene Solm. Solm? Hören Sie, ich kenne eine Irene Solm, aber die ist seit einem halben Jahr in der psychiatrischen Klinik, und die kann es ja wohl nicht sein. Und wenn die entlassen wird, dann steht sie in der Zeitung. Sind Sie aus einer Klinik entlassen worden? Ja, ich komme gerade aus der Klinik. Sie kommt aus der Klinik. Und sie hat einen Koffer bei sich. Hat einen Koffer bei sich? Moment mal. Die Solm steht unten und hat einen Koffer bei sich. Was will sie? Wieder hier einziehen? Sie hat ja hier gewohnt. Ist die wahnsinnig geworden? Was mache ich jetzt? Sie soll zum Teufel gehen. Dann sag ihr das. Hören Sie, sagen Sie der Dame, ich habe keine Zeit, keine einzige Minute, so leid es mir tut. Sie soll... Flucht, was soll sie denn? Sie soll ihre Wege gehen und auf keinen Fall plötzlich hier vor der Tür stehen. Ach was. Geben Sie es ihm ja. Ich bin's, Irene. Kann ich raufkommen? Hallo, mein Schatz. Freut mich, dass du wieder raus bist aus dem Kasten. Ich habe mich immer wieder mal erkundigt, wie es dir geht. Es geht dir gut, wurde mir gesagt. Du bist ja dem Leben wiedergegeben, wie man so sagt. Nun ja, es haben sich hier die Dinge etwas verändert. Um es rundheraus zu sagen, du kannst nicht mehr hier wohnen. Weil dein Platz, der ist besetzt. Und versuch nicht, hier hochzukommen. Wenn es klingelt, ich mach nicht auf. Hast du das verstanden? Eine blöde Situation. Ich hasse sowas. Hoffentlich hat sie es kapiert. Deutlich genug hast du es ihr ja gesagt. Ich hab's doch gewusst. Der erste Weg führt zu dem Mann, mit dem sie zuletzt zusammengelebt hat. Mach deine Fotos. Hallo, Irene. Schön, dass du wieder draußen bist. Redest du mit ihm? Gehst du wieder hoch? Mit dem Koffer? Und zu einziehen? Und was sagt er denn? Irene, red doch mit mir. Darfst du wieder Tisch und Bett mit ihm teilen? Du musst es begreifen. Ich steh hinter dir. Wir stehen alle hinter dir. Wir fordern unseren Leser zu etwas heraus, das er am liebsten tut. Bemitleiden. Na? Wo gehst du denn jetzt hin? Mach dir das. Ich rede mit Riemann. Ich hab dir doch gesagt, ich mach nicht auf. Verschwinde! Ich bin's Gaston. Na nun, was machst du denn hier? Was ich immer mache? Schlagzeilen suchen. Ich hab auch schon eine. Ex-Geliebte steht vor der Tür und Frau Driemann sagt, ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht aufmache. Hör zu. Ja, komm erst mal rein. Hallo, Vicky. Hallo, Robby. Das ist natürlich eine Sache für Robby. Ich hab plötzlich, dass sie unten steht mit dem Koffer in der Hand. Und da bist du ein bisschen nervös geworden. Das kannst du wohl sagen. Ich glaub, wir trinken mal einen Schluck. Vicky, du weißt ja, was er gern hat. Ich genehmig mir auch einen Schluck. Auf den Schreck hin. Du wolltest sie gar nicht sehen? Nein, das wollte ich nicht. Hast du sie gesehen? Ja. Als sie unten war und mit dir telefoniert hat. Ja und? Wie sah sie aus? Wie sah sie aus? Wie ein Bild, das so lange an der Wand hängt. Es wird braun, kriegt Flecken, wird unansehnlich. So etwa, wie es mir vorgestellt ist, sah sich so schlimm aus. Naja, wie soll ich das sagen? Es ist schon noch alles da, nur anders. Das, was sie innen hat, das kommt nicht mehr nach außen. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass sie innen nichts mehr hat. Der Meister des Wortes hat gesprochen. Hast du das gehört, Vicky? Ja, ich hab's gehört. Das ist ein großes Thema. Ja, und auch ein sehr altes. Schönheit und Gestalt. Ach, wie vergehst du bald. Ein Apfel mit Flecken, den kauft keine Hausfrau mehr. Sag mal, du wirst mich doch nicht etwa in die Pfanne hauen. Nur weil ich... Danke für den Drink, Vicky. Weißt du, wie du mir vorkommst? Wie der Paris aus der griechischen Sage. Denn die Frauen ständig fragten, wer die schönste ist. Naja, so verteilst du deine kleinen goldenen Äpfelchen. Mal hier, mal da. Jetzt an Vicky, übrigens völlig zurecht. Ja, und wenn er einen Apfel Flecken kriegt, dann wird er weggeschmissen. Ich hab schon auf dich gewartet. Komm rein. Hast du schon gegessen? Ich hab keinen Hunger. Mach dir einen Kaffee. Du kannst natürlich hier wohnen. Das bin ich schon deiner Mutter schuldig. Wie lange wirst du bleiben? Ich weiß es nicht. Und dein Koffer da. Ist das alles, was du hast? Ja. Und Geld? Hast du Geld? Nicht viel. Ich frag, weil Geld zum Leben gehört. Ohne Geld kein Leben. Und noch was. Wie ist das jetzt hier oben? Ist da alles wieder halbwegs in Ordnung? Sie sagen ja. Haben sie dir nicht gesagt, dass du keine Bedenken haben musst? Ich frag, weil du schon einmal aus dem Fenster gesprungen bist. Ich tue es nicht mehr. Es hört sich vielleicht so an, als nehme ich dich nicht gern auf. Aber das stimmt nicht. Ich hab's gern, dass du jetzt hier bist. Ich sag dir auch warum. Und ich zeig's dir. Fotos von dir. Deine Mutter hat sie mir immer geschickt. Na, bebt das Herzchen, oder? Schon ein bisschen. Nee, ein bisschen. Damit werden wir ein Herzerdbeben veranstalten. Und Freund Riemann wird mich nicht mal auf den Drink einladen. Alle Leser werden weinen. Was wir bräuchten, ist ein Foto von ihm aus seiner Glanzzeit. Haben wir sowas da? Eins, wo er seine kleinen Jacket-Kronen blitzen lässt. Schallendes Gelächter von ihm. Und das verzweifelte Gesicht von ihr daneben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich nicht reinlasse. Verschwinde. Er wird morgen der meistgehasste Mann sein. Ich stelle mir Folgendes vor. Eine Leserumfrage. Was halten Sie von dem Verhalten eines Mannes, der seine kranke Freundin vor der Tür stehen lässt? Ja. Sagen Sie's ihm. Rufen Sie ihn an. Hier ist seine Telefonnummer. Sagen Sie ihm, was Sie davon halten. Jetzt tue ich der Kleine einen Gefallen. Später, aber immerhin. Als Dank für die vielen Schlagzeilen, zu denen sie mir verholfen hat. Ich hatte mit ihr vereinbart. Und sie hatte es fest versprochen. Den Mann sucht sie nicht auf. Den nicht. Ich dachte, es wäre gelungen, diesen Mann aus ihrem Gedächtnis zu entfernen. Total zu entfernen. Steht da mit ihrem Koffer, wartet. Hilflos wie ein Kind. Kein Erbarmen in der Welt. Nicht mal mehr ein Rest davon. Nicht mal mehr ein Rest davon. Auch der Mann von der Presse kennt kein Erbarmen. Rufen Sie ihn an unter Nummer... Ich würde ihn anrufen. Professor... Professor, das sollten Sie nicht tun. Liebe Frau Weißauer. Wie versuchen wir unseren Patienten zu helfen? Hm? Nicht indem wir über Ihren Problemen stehen, sondern... indem wir versuchen, uns Ihre Probleme zu eigen zu machen. Als wären es die unseren. Es ist eine Leidensübernahme, der wir nicht aus dem Weg gehen können. Offenbar gibt es Leute, die der Erforderung folgen, den Mann anzurufen. Erklär mir mal, wie du dazu kommst, die Leute aufzufordern, mich anzurufen. Seit dem frühen Morgen steht das Telefon nicht still. Ich muss mir anhören, was die Volksseele von sich gibt. Für die bin ich der letzte Dreck. Witschreiben, alles mit schreiben. Weißt du, dass Morddrohungen dabei waren? Morddrohungen! Jetzt sag mal was dazu! Ja, dann hör mir doch mal einen Moment zu. Morddrohungen! Ja, das habe ich ja verstanden. Das tut mir auch wahnsinnig leid. Aber jetzt beruhige dich doch erst mal. Ich konnte mit so einer Reaktion ja auch nicht rechnen. Was sagen denn die Leute? Was die Leute sagen? Willst du das vielleicht bringen? Wollt ihr eine Serie daraus machen? Das könnt ihr nicht mehr machen, hör mir mal zu! Irene hat sich ganz allein zugrunde gerichtet. Ganz allein! Die sind doch alle wahnsinnig. Was hast du dazu? Geh doch einfach nicht mehr ran! Willst du mal was hören? Da steht schon wieder was in der Zeitung. Eine Menge Leute, die den Kerl umbringen wollen. Was sagst du dazu? Tja, das geht's nicht zu machen. Das ist Gaston Riebern, nehme an. Der Name ist dir geläufig. Nee. Ich meine, die Zeitung war doch voll davon. Morddrohungen per Telefon, so wie es aussieht, hat jetzt einer seine Drohungen wahrgemacht. Das ist seine Freundin, Vicky Lange, mit der er zusammenlebt. Woher weißt du denn das? Die stehen doch immer in der Zeitung. Wer mit wem, wo und wann. Wird ja immer fotografiert. Eigentlich immer ein hübscher Anblick. Jetzt nicht mehr. Hast du gehört? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass Gaston ermordet wurde. Und von wem? Der Mörder ist völlig unbekannt. Gaston ist in seiner Tiefgarage erschossen worden. Irina, was sagst du dazu? Du hast doch gesagt, ich krieg noch einen Klaus. Den ganzen Tag ging hier das Telefon. Und immer Leute am Apparat, die Gaston beschimpften. Und einige waren dabei, die sagten, so einen Mann wie Sie müsste man umbringen. Als Riemann unten in der Garage erschossen wurde, wo waren Sie da? Hier oben in der Wohnung. Riemann ist also ohne Sie ausgewiesen. Wissen Sie, wo er war? Hören Sie, er hat jeden Abend seine Lokale, die er aufsucht, um seine Freunde zu sehen. Und diesmal waren Sie nicht dabei? Nein. Ich meine, es ist doch bekannt, dass Sie immer zusammen waren. In solchen Lokalen, von denen Sie gerade sprechen. Ich habe ihn allein fahren lassen. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil ich Angst hatte. Jetzt muss ich dir mal was sagen. Geht das schon wieder los mit deinem Leben? Die Nacht ist der Tag. Und der Tag ist die Nacht. Es ist spät. Wir bitten. Entschuldigung. Mach doch nichts, wenn es Sie nicht stört, wie ich aussehe. Ich kann mir schon denken, warum Sie da sind. Der Riemann ist tot. Das wissen Sie schon? Ja, und Irene hat es mir erzählt. In der Garage, erschossen. Als aus dem Wagen stieg ein Schuss und dann war es vorbei. Sie wissen, was da passiert ist? Ja, sie hat es in einem Lokal erfahren. Jemand kam rein und hat es rum erzählt. Können wir Sie mal sprechen? Ja, bitte. Wenn Sie hier bitte warten, ja? Ja, Ihre Beziehung zu dem Toten ist ja nun allgemein bekannt. Es war öffentliches Gesprächsthema. Ich meine, war Ihnen das unangenehm? Ja, das war es. Na ja, Riemann war ja... Ich weiß auch nicht, wie ich es nennen soll, aber Sie haben doch zusammen gelebt, nicht? Ja, wir haben zusammen gelebt. Wir haben alles zusammen gemacht. Jeden Tag, jeden Abend. Kaum, dass wir mal eine Minute getrennt waren. Bis vor einem halben Jahr. Bis vor einem halben Jahr. Die Zeit danach war nicht leicht für Sie. Sie waren Alkoholikerin. Sie waren verwickelt in Kokainaffären und dann haben Sie einen Selbstmordversuch unternommen. Und ich frage mich die ganze Zeit, was war der Grund? Das war Wahnsinn. Als ob ich ihm den Mörder auf den Hals gehetzt hätte. Das kann ich mir jetzt anhören. Liebe Kollegen, die anrufen und fragen, was für eine Scheiße ich gemacht hätte. Was habe ich denn gemacht? Nur das, was mein Beruf von mir verlangt. Ich habe mich umgesehen in der Welt. Unter unseren Zeitgenossen. Und das aufzudecken, was ist das? Ich kann euch sagen, was das ist jetzt. Das doch mal. Verdienstvoll ist das. Ne? Na, Idealisten, die legen nur Nebel über die Landschaft. Dass alles schön verschleiert ist und man nichts mehr erkennt. Wir suchen alle den Mörder an der falschen Stelle. Und ich bin sicher, der hat ein ganz normales Motiv gehabt. Sie sagen, Sie haben noch Kleidungsstücke in der Wohnung, Riemann. Wir haben danach gefragt bei der jungen Frau, die jetzt dort wohnt. Und sie sagt, das ist in Ordnung. Sie können Ihre Kleidung jederzeit abholen. Na ja, wir haben Ihre Aussage und... Ist sie vollständig? Ja, sie ist vollständig. Kann ich jetzt gehen? Ja. Ach, warten Sie mal. Da fällt mir ein, wir wollen ja raus zu der Wohnung, Riemann. Das wäre doch eine günstige Gelegenheit, Ihre Kleidung zu holen. Kennen Sie Ihre Nachfolgerin? Vicky Lange? Mhm. Sie war meine Freundin. Wir kennen uns doch alle. So. Wollen Sie mitfahren? Guten Tag. Hallo. Hallo, Irene. Bitte? Danke sehr. Hallo. Du willst sicher deine Sachen abholen? Hast du einen Koffer mit? Ja. Ich brauche meinen gerade selbst. Sie ziehen aus? Der Inhaber der Wohnung ist tot. Ich habe hier kein Wohnrecht. Deine Sachen sind nicht im Schrank. Ich habe ihm gesagt, ich will nicht dauernd deine Kleider sehen. Sie sind oben in der Kammer. Ja, ich möchte gerne mit Ihnen noch einmal über diese Telefonanrufe sprechen. Gaston hat gemeint, hör dir das an und da habe ich mitgehört. Sagen Sie, ist Ihnen da irgendetwas aufgefallen an den Stimmen? Eigentümlichkeiten oder besondere Ausdrucksformen? Wie reden solche Leute? Tja, irgendwie zu schnell. Sie wollen etwas loswerden, ihre Wut, ihre Aufregung. Drohen jemanden, ihn umzubringen und können vor lauter Aufregung nicht einmal ordentlich reden. Ich bin Victor Lange, ich möchte meine Schwester abholen, die hier auszieht. Ist sie da? Bitte. Hallo Vicky. Hallo Victor. Guten Tag. Soll ich später wieder kommen? Ich bin Vickys Bruder, ich wollte Sie und Ihren Koffer abholen. Sie holt auch Ihre Sachen ab. Haben Sie noch Fragen? Sagen Sie nur, wo Sie zu erreichen sind. Erstmal bei mir. Hier ist meine Karte. Ich bin immer zu erreichen, privat oder im Büro. Danke. Ist das dein Koffer oder Ihrer? Das ist meine. Dann mache ich Ihnen mal zu. Sie holen auch Ihre Sachen ab. Haben Sie doch welche hier? Die meisten Ihrer Kleider sind noch hier. Ich kenne natürlich Ihre Geschichte. Aus der Zeitung. Das ist eine traurige Geschichte. Wie geht es Ihnen? Wissen Sie schon, was Sie jetzt machen? Was Sie jetzt brauchen, sind ein paar nette Leute, die sich nicht ständig den Kopf darüber zerbrechen, ob sie wieder normal sind. Was meinst du? Ich habe es Ihnen noch nicht gesagt, aber ich sage es ja jetzt. Du bist jederzeit willkommen. Na? Ist das ein Wort? Wenn ich die Aussagen und die Zeiten vergleiche, dann war Irene Solm zwar in der Mordnacht in einigen Lokalen, aber... Aber wenn man die Uhrzeiten vergleicht, war sie im ersten Lokal nach der Mordzeit. Und Sie erschienen dort mit allen Anzeichen äußerster Verstörtheit. Ja, wenn jemand aus einer psychiatrischen Klinik gelassen wird, dann fällt es ja niemandem auf, nicht? Da wundert sich ja keiner. Also, von der Uhrzeit her, könnte es gewesen sein. Beber? Wer ist da? Kriminalpolizei Derrick. Ich möchte gerne Frau Solm sprechen. Nein, können Sie nicht. Die ist nicht da. Die ist in die Wohnung grüber. Welche Wohnung? Na, in die von dem Riemann. Ihre Kleider holen. Sie hatte doch neulich keinen Koffer mit. Ja, wie kommt sie denn in die Wohnung rein? Sie hat doch noch immer einen Schlüssel. Ach so. Sagen Sie ihr bitte, sie möchte zurückrufen. Sie ist in der Wohnung Riemann. Sie hat immer noch einen Wohnungsschlüssel. Vielleicht zieht sie dort wieder ein? Ich hab Wasser aufgesetzt. Möchten Sie auch einen Tee? Oh ja, sehr gerne, sehr gerne. Jetzt sieht es fast so aus, als seien Sie wieder hier eingezogen. Nein, nein. Ich hol nur meine Kleider ab. Sag dich doch. Die waren hier, weil er hatte sie ja bezahlt. Immer wenn er seine, seine Frauen wechselte, dann schickte er sie so wieder weg, wie sie gekommen waren. Jetzt zieht sie halt einfach wieder an. Wicky haben sie sowieso nicht gepasst. Sie hätte sie auch nicht angezogen. Wicky nicht. Andere hätten es getan. Nur um zu zeigen, jetzt bin ich dran. Darf ich Sie mal ganz offen etwas fragen. Haben Sie diesen Mann geliebt? Wissen Sie, jetzt bringen Sie mich in Verlegenheit. Weil ich weiß gar nicht, was Liebe eigentlich ist. Geliebt? Nein. Man ist gut Freund. Man muss eine Menge Spaß miteinander haben. Weil es darauf ankommt. Sag Gaston. Vielleicht hat er recht damit. Was meinen Sie, hat er damit recht? Aber wie auch immer, ich weine ihm keine Tränen. Professor Tussner, mein Psychiater, sagt, Gaston, seid ein ganz wertloser Mensch. Der es nicht wert ist, dass jemand seinetwegen aus dem Fenster springt. Und ich habe es einmal getan. Aber das tue ich nie wieder. Entschuldigen mich. Ja, bitte? Ich bin es, Vicky. Sag mal, was machst du da in der Wohnung? Ich habe die Weber angerufen. Sie sagte mir, dass du in die Wohnung von Gaston gegangen bist. Warum? Mensch, sei doch froh, dass du damit nichts mehr zu tun hast. Da bin ich ja auch. Drei Kreuze würde ich machen. Victor und ich gehen heute Abend auf die Party vom Vladi. Hast du Lust mitzukommen? Ich finde, du musst dich in der alten Clique wieder mal sehen lassen. Na, was hältst du davon? Okay. Sag mir, wann und wo. Ja, ich bin da. Ja, grüß ihn auch. Das war Vicky. Wir wollen uns heute Abend sehen. Darf ich ein bisschen stauben? Die Lebenssonne war untergegangen. Jetzt ist sie wieder da. Ein strahlender Aufgang. Den kennen wir doch, nicht? Das ist der Bruder von der Vicky Lange. Der bei seiner Schwester den Koffer abgeholt hat. Ja, richtig. Ja. Warum will der nicht fotografiert werden? Der gehört nicht dazu. Der kann mit der Szene nichts anfangen. Das sehen Sie ja. Der hätte dem Fotografen fast die Kamera aus der Hand gerissen. So wild war der. Der kann mit der Szene nichts anfangen. Das bedeutet doch logischerweise, dass er mit dem Leben seiner Schwester so führt, auch nichts anfangen kann. Das ist richtig. Das könnte man so sehen, ja. Da fällt mal noch was ein. Ich hab gehört, der Gaston Riemann, der wollte sich von Vicky trennen. Na ja. Der wollte die vor die Tür setzen. Diese drei da. Was soll ich damit anfangen? Ein Mörder? Um zwei Frauen, die es wissen. Warte mal. Der Viktor Lange hat mir seine Karte gegeben. Komm, fahren wir hin. Kann ich hinterher fahren? Ja, natürlich. Hören wir mal durch, Polizei. Ich hab gesehen, wie sie gesprungen ist. Von dort oben. Hat sich wohl das Genick gebrochen. Hier liegt eine Pistole. Hände weg von der Waffe. Mario, bleibst du hier? Ja. Man muss jeden Tag etwas finden, worüber man schreibt. Worüber schreibe ich heute? Schreiben Sie, in dieser Welt sucht fast jeder Mensch verzweifelt einen anderen Menschen, weil er sonst verloren wäre. Sie sind in unserer Welt. Schreiben Sie nicht nur ein Bipend. Schreiben Sie sich an, ins Leib. Sie sind in unserer Welt. Sie sind in dem ganzen Tag. Sie sind in der Welt. Sie sind in der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020